Willkommen bei unserer Held-des-Jahres-Gala! Pause für Applaus, Pause für Applaus... Hallo, da draußen? Hey, yo, Schnarchnase! Die anderen sind alle schon längst auf der Party! Supergirl ist bereit! Auf und davon! Dann retten wir mal wieder den Tag! Oder wohl eher die Nacht! Drohnen-Schwarz! Ihre Kapuze, Miss Bad Girl! Pow! Jetzt geht's rund! Ha! 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 Du siehst gut aus! Gut ist... tja, gut! Aber das Kostüm wird nach Kreativität, Qualität und Einsatzfähigkeit bewertet, also... Superhelden-Alarm! Ha! 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 Ha als ging's zum Brunch mit der Freundin. Cheetah, bitte. Ich sagte Gazelle und Gras. Bei dir sieht das aus wie ein Trampeltier, das durch den Sumpf stolpert. Gleich noch mal, von Anfang an. Fünf, sechs, sieben, acht. Lass das rumgepranke, Harley. Auch wenn's unwitzig klingt, die ist nicht zum Pranken. Die ist zum Helfen. Sie ist wirklich, äh, kreativ. Mittagessen! Gemüseliziös! Meine Pflanzen! Sie hat sie, ähm... Also Mädels, seid nett. Sie ist echt erbärmlich in... Oh! Hi, Wandi! Modern? Sportlich? Traditionell? Hilfenart! Wir sind schon da! Lass uns mal machen, Kleines. Fashionmäßig voll heftig! Wollen wir noch etwas weiter dekorieren? Ich finde, dieser Raum braucht noch etwas Glamour und Glanz. Glisterbombe! Nein! Hey! Na klar! Kitana! Ultra! Bist du da noch? Oh Frankie, komm! Das kitzelt! Ha 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 ha! Mit dem Ohan! Da fliegt man weit! Dazu sind wir bereit! Mit dem Ohan! Kommt die Zeit! Nur Grund ist zu tun! Mit dem Ohan! Der DC Superhero Girls! Der PC Superhero Girls! Wirkliche Hitze!